Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Among Us ist das wahrscheinlich gehypteste Spiel in den letzten Monaten und da dachte ich mir, ich mach doch auch einfach mal was mit Among Us und zwar wie ihr es im Titel schon lesen könnt, werde ich die Avengers im Among Us machen. Ich glaube ich werde auch noch andere Sachen machen wie Star Wars oder Harry Potter oder Videospiele, aber dazu mehr am Ende. Genau, dann würde ich sagen, wir fangen gleich an. Ich habe mir schon alles vorbereitet und dann werden wir einmal alles ohne Farben machen. Let's go! So, jetzt fehlen nur noch die Farben. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt bin ich fertig. Ich bin sehr zufrieden und ich würde sagen, es wäre wirklich eine coole Idee, wenn ich davon noch mehrere Folgen mache mit anderen Editions. Genau, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert diesen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ansonsten würde ich euch sagen, ciao und hoffentlich bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020